Ich habe eine neue Hilfe bekommen, Patrick. Ihr wisst, dass ich viele Geschichten zu erzählen habe. Und mein Verstand ist irgendwie geteilt heute Morgen. Ich habe eine richtig gute Geschichte aus Neuguinea. Und ich habe eine sehr gute Geschichte aus Washington, D.C., wo ich für 25 Jahre gelebt habe. Und ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche Geschichte ich erzählen soll. So I said to myself, I will take a vote this morning. Wer möchte Neuguinea? Wer möchte Washington, D.C.? Wer möchte Washington, D.C.? Wer möchte Washington, D.C.? Dann hören wir jetzt die Geschichte aus Washington. Also Washington, D.C., da gibt es viele verschiedene Firmen. Und viele Regierungseinrichtungen. In fact, the government departments seem to take up half of the city. Und diese Regierungseinrichtungen machen irgendwie die Hälfte der Stadt aus. Und ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht sollten wir jetzt Verkündigungen in diesen Firmen machen. Und in diesen Regierungseinrichtungen. Die Regierung in Amerika ist sehr offen. Wenn du in so einer Regierungseinrichtung ein Bibelstudium machen möchtest, ist so gut. Sie geben dir einen Raum. Sie helfen dir sogar, es zu bewerben. Alles, was du brauchst, ist der Mut, es auch zu tun. So I started training in people, who were working in government departments. Also habe ich damit angefangen, Menschen zu trainieren, zu unterrichten, die in Regierungseinrichtungen arbeiten. And I taught them how to teach the Bible inductively. Und ich habe sie gelehrt, wie sie die Bibel so lernen können, dass andere selbst zu den Erkenntnissen kommen. Which means that they were not defending Seventh-day Adventism. Und das bedeutet... Focus. Hallo, hallo. Hello. I taught them so they were not defending Seventh-day Adventism. Und ich habe sie so gelehrt, dass sie jetzt die adventistischen Lehren nicht verteidigen. But they were leading people to hear the word of God. Sondern sie einfach so zu führen, dass sie Leute dazu bringen, dem Wort Gottes zu glauben. And we know what happens when people hear the word of God. Und wir wissen, was passiert, wenn Leute das Wort Gottes hören. They usually want to become Seventh-day Adventists. Meistens wollen sie dann Siebent-Tags-Adventisten werden. So I was not worried about this. Also habe ich mir darum keine Sorgen gemacht. Und diese Dienstämter haben sich dann entwickelt. Und dieses beste Amt war in der Weltbank, der World Bank. Wir hatten eine junge Lebanese-Frau. Wir hatten eine junge Lebanese-Frau. Wir hatten eine junge Lebanese-Frau. Und sie war voll Feuer für Gott. Und sie hatte die Gabe, mit Menschen zu beten. Und mit ihnen zu weinen. Sie hat die Menschen geliebt. Aber sie konnte das Wort Gottes nicht lehren. Und ich sagte, das ist okay. Ich werde das Wort Gottes nicht lehren. Und du bist der Pastor in der Weltbank. Und dann habe ich gesagt, das ist okay. Ich werde das Wort lehren. Und du bist die Pastorin dann in der Weltbank. Und das war der Anfang von unserem gemeinsamen oder von unserem Firmendienstamt. Und nebenbei allein dieses Dienstamt. Hat dazu geführt, dass wir in einem Jahr 180 Menschen getroffen haben. Allein in der Weltbank. Und dann habe ich meinen Blick jetzt auf die Einrichtung für Landwirtschaft gerichtet. Eine sehr große Regierungseinrichtung. Drei ganze Häuserblöcke in Washington sind dem gewidmet. Also Landwirtschaft ist sehr groß in Amerika. Und ich habe mir eine Liste gemacht von all den Adventisten, die schon in diesem Landwirtschaftsministerium arbeiten. Und da gab es schon fast 100 Adventisten, die in diesem Amt gearbeitet haben. Also habe ich dann jeden Einzelnen angerufen. Und dann habe ich ihnen gesagt, ich würde euch gerne unterrichten, dass ihr das Wort lehren könnt in dem Amt für Landwirtschaft. Und ich helfe euch, einen Bibelstudienkreis einzurichten, der einmal in der Woche stattfinden soll. Und die Menschen haben dann alle möglichen Entschuldigungen vorgebracht. Einige haben gesagt, also ich bin ganz professionell. Und ich habe gefragt, was meinst du damit? Professionals können die Professionellen etwa das Wort Gottes nicht lehren? Andere Leute haben gesagt, ach, das ist die Regierung. Ich kann doch jetzt nicht Religion und Regierung vermischen. Und ich habe gesagt, die Regierung wird dir helfen, das zu tun. Sie geben dir sogar einen Raum, wo ihr euch treffen könnt. Sie werden eure Treffen sogar bewerben. Die Regierung hat damit kein Problem. Also habe ich diese 100 Menschen angerufen. Und ich habe nicht einen dazu bekommen. Nicht einer, der sich dazu bereit erklärt hat, dass ich ihnen Lehren unterweisen konnte. Also war ich schon mal ein bisschen entmutigt, was das Amt für Landwirtschaft anging. Und ungefähr drei Monate später, da klingelte mein Telefon. Da ist eine Frau dran. Und sie hat einen sehr kultivierten englischen Akzent. Und da habe ich mir selbst irgendwie gedacht, sie ist bestimmt von der Karibik. Da gibt es ein paar Inseln in der Karibik, wenn du dort bist, dann denkst du, du bist in England. Und dann hat sie mich gefragt, bist du der Mann, der Menschen unterrichtet, in Firmen zu verkündigen? Und dann habe ich gesagt, genau der bin ich. Und dann sagt sie, nun, ich arbeite in dem Amt für Landwirtschaft. So I raised my hands in the air and I said, hallelujah. Dann habe ich meine Hände gehoben und hallelujah gerufen. Und sie hat gesagt, jetzt sei nicht zu begeistert. Ich gehöre nicht zu deinem Volk. Ich habe gefragt, was meinst du mit meinem Volk? Sie sagte, was immer du auch bist, das bin ich nicht. Und ich fragte, meinst du etwa siebenten Tags Adventisten? Yes, yes, she said, that's it, I am not one of those. Sie sagt, ja, ja, genau das meine ich, zu denen gehöre ich nicht. Well, I said, for crying out loud, what are you? Und dann habe ich gefragt, ja, was bist du denn dann? She said, I am a Methodist. Hat sie gesagt, ich bin eine Methodist. And I am very proud of being a Methodist. Und darauf bin ich sehr stolz. Und dann hat sie gesagt, und deshalb wirst du wahrscheinlich mich jetzt nicht unterweisen. So we have a little funny expression in English. Und bei uns im Englischen gibt es da einen witzigen Ausdruck. There's a nursery rhyme in English for the kinder. Da gibt es einen Witz über Krankenschwestern. No, no, sorry. Nursery rhyme in English. Einfach ein Reim, ein lustiger Reim. And in English it says, and this was before we had dollars and cents. Und im Englischen heißt es, und das war bevor wir Dollar und Cents hatten als Währung. The English had coins. Da gab es Münzen. And the large copper coin was a penny. Und die größere davon hieß ein penny. And the smaller copper coin was a halfpenny. Und die kleinere Mütze hieß a halfpenny. Und so there's a nursery rhyme that says, if I can't have a penny, then a halfpenny will do. Und dieser Reim geht ungefähr so, dass wenn ich jetzt schon keinen Pfennig haben kann, dann tut es auch diese kleinere Version des Pfennigs. So I said to this woman, if I can't have an Adventist, then a Methodist will do. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, naja, okay, wenn ich jetzt keinen Adventisten in der Weltbank haben kann, dann tut es auch eine Methodistin. She said, so you would train me. Und dann hat sie gesagt, also wirst du mich unterweisen. I said, yes, I will train you. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich werde ich das machen. Aber ich lehre die Menschen, dass sie induktiv lehren. Which means you lead people to self-discovery. Das heißt, man bringt die Leute dahin, dass sie die Wahrheit in Gottes Wort selber entdecken. So you will not be making little Methodists out of everybody. Also machst du jetzt keine kleinen Methodisten aus jedem Einzelnen. And she said, I will not be making little Adventists either. Und dann hat sie gesagt, ich mache aber auch keine kleinen Adventisten aus jedem. This woman is very, very sharp. Diese Frau war sehr gerissen, ja. She came from Jamaica. Sie kam aus Jamaica. The old-fashioned Methodist from Jamaica. Diese altgeprägten Methodisten aus Jamaica. Und ich denke, es sind sehr dem Herrn hingegebene Menschen. Und diese Frau hat sich herausgestellt, dass diese Frau die größte Gabe des Lehrens hatte, die ich jemals in Washington gesehen habe. Also habe ich ihr gesagt, sie soll eine Notiz auf ihrem Schreibtisch hinterlassen. Dass einmal in der Woche am Mittwoch zur Mittagszeit wird es eine Bibelstunde geben, die nicht zu einer Demonstration, die nicht einer Demonstration geben wird. Und die ist offen für jede Gemeinde, jede Kirche. Sogar für Muslime und jeden, der kommen möchte. Und ich habe ihr gesagt, ich werde dort für drei Monate unterrichten. Und du wirst mir zusehen. Und nach drei Monaten wirst du das übernehmen. Und dann werde ich dir zusehen. Und wenn ich zufrieden mit dir bin, dann wird das dein Dienstamt werden. Sie sagte, okay. Sie sagte, in Ordnung. Und nach einem Monat bin ich dann zu diesem Ministerium hingegangen, für die Bibelstunden. Und sie hat mich angesehen und hat nur so gemacht. Sie hat gesagt, ich brauche dich nicht mehr. Ich werde jetzt die Bibelstunden machen. Und so hat sie schon nach einem Monat damit angefangen. Nach sechs Monaten hatte sie schon zwei Gruppen jede Woche. 30 bis 40 Leute in jeder Gruppe. Und dann vergingen wieder einige Monate. Und immer, wenn ich in der Gegend war, in der Stadt, dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht dazukommen möchte und unterrichten möchte. Und weitere sechs Monate später bin ich zu meiner Gemeinde gegangen, in Washington. Und ich sitze in der Gemeinde und gucke herum, wer alles da ist. Und ich war sehr überrascht. Diese Frau sitzt dort. Und ich habe ihr niemals gesagt, dass ich ein Sabbathalter bin. Und immer, wenn sie mich gesehen hat, kam sie und hat mich umarmt. Und sie hat mich dann einer Frau und einem Mann vorgestellt, die mit ihr dort saßen. Und sie sagte, ja, das ist mir jetzt sehr peinlich. Denn ich habe eine Serie unterrichtet über die Zehn Gebote. Und diese zwei hier, und sie haben begonnen, mich zu fragen über den siebenten Tag Sabbat. Und sie haben selber Forschungen angestellt und herausgefunden, dass es der Samstag und nicht der Sonntag ist. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich irgendwelche Kirchen kenne, die den Gottesdienst am Samstag abhalten. Und sie hat mir gesagt, du hast mir nie erzählt, dass du Samstag sind. Und ich habe gesagt, du hast ja auch nie gefragt. Und dann hat sie gesagt, und deswegen habe ich mich entschieden, sie mal in eine samstagshaltende Kirche zu bringen. Also habe ich meine Hände in die Luft gehoben. In der Mitte der Kirche. Ich sagte, danke, Herr. Die Methodisten gewinnen jetzt Adventisten. Und sie hat mich angeguckt und gesagt, aber ich bin immer noch Methodist. Ich habe gesagt, natürlich bist du das. Also wurden diese zwei getauft. Und sie hat weitergemacht zu unterweisen. Und manchmal, einmal im Monat, bin ich hingegangen und habe für sie unterrichtet. Ich hatte jetzt schon 40 Gruppen, die in der Stadt verteilt waren. Aber ich habe ihr vorgeschlagen, dass ich einmal im Monat zu ihr komme. Und dann sind nochmal sechs Monate vergangen. Und dann hat sie mich angerufen. Und sie hat gefragt, wirst du in zwei Wochen in deiner Kirche sein? Und dann habe ich gesagt, ja, da werde ich sein. Sie hat gesagt, well, I want to meet you there, because I have, in English we say, I have a bone to pick with you. It means, I have a problem with you. I want to work it out. Und da hat sie gesagt, ich habe da ein schweres Anliegen und das muss ich mit dir unbedingt besprechen. I said, okay, I'll meet you there. Da habe ich gesagt, okay, wir treffen uns dort. Und als ich sie dann getroffen habe, da hat sie zu mir gesagt, ach, du hast mich reingelegt. Du wusstest, dass wenn ich die Bibel auf diese Weise unterrichte, dass ich auch selber dann bestimmte Entdeckungen machen würde. I said, yes, the thought came into my mind. Und dann habe ich gesagt, ja, darüber habe ich auch nachgedacht. She said, well, I am being baptized today. Und dann hat sie gesagt, ich werde heute getauft. Und sie ist Älteste dieser Kirche geworden. Und sie ist immer noch dort als Älteste in dieser Kirche. Und ich schaue zurück und ich sagte zu mir, wie entspricht ich, weil ich einen Adventist nicht finden konnte. Und jetzt blicke ich zurück und denke daran, wie entmutigt ich zu Beginn war, dass ich niemanden finden konnte. Und Gott hatte schon eine Methodistin, die gewartet hat. Und meine Augen wurden geöffnet darüber, wie viele Kinder Gottes in anderen Kirchen sind. Und genau darüber haben wir auch heute Morgen in der Lektion gesprochen. Darüber, wie wir Wege finden müssen, Brücken zu ihnen zu bauen. So dass wir sie dahin führen können, dass sie selber wundervolle Dinge im Wort Gottes entdecken. Auch wenn es jetzt schon zehn Jahre her ist, dass ich Washington verlassen habe. The ministry groups continue to operate. Bestehen diese Gruppen dort immer noch fort. So that's my Washington story for today. Also das ist meine Washington Geschichte für heute. Thank you. Dankeschön. Dankeschön.